Bei unserer Ankunft auf der Plantage gingen sie ins große Haus, während ich mich zu Elisas Hütte begab. Die Sklaven waren erstaunt, mich bei ihrer Rückkehr vom Feld hier zu finden, dachten sie doch, ich sei ertrunken. An diesem Abend versammelten sich abermals alle in der Hütte, um der Geschichte meines Abenteuers zu lauschen. Sie gingen fest davon aus, dass ich ausgepeitscht würde, und zwar aufs Schlimmste, denn die wohlbekannte Strafe fürs Davonlaufen betrug 500 Hiebe. »Armer Kerl«, sagte Elisa und nahm meine Hand, »es wäre besser für dich gewesen, wenn du ertrunken wärst. Du hast einen grausamen Master, und er wird dich jetzt ganz bestimmt umbringen, fürchte ich.« Lawson meinte, dass möglicherweise Chapin gebeten würde, die Bestrafung zu übernehmen, was hieße, dass es nicht so schlimm würde. Woraufhin Mary, Rachel und Bristol und andere hofften, es würde Master Ford sein, denn dann würde ich überhaupt nicht ausgepeitscht. Sie alle bemitleideten mich und versuchten mich zu trösten und waren traurig angesichts der Züchtigung, die ich zu erwarten hatte. Außer Kentucky John. Sein Gelächter kannte keine Grenzen. Er bekam einen Lachanfall nach dem anderen, hielt sich die Seiten, um nicht wieder lautlos zu pusten, und der Grund für seinen schallenden Frohsinn war die Vorstellung, wie ich den Hunden davon gerannt war. Irgendwie gewann er der ganzen Sache eine Menge Komik ab. Ich wusste, die würden ihn nicht kriegen, als er quer durch die Plantage rannte. Oh Gott, oh Gott, wie Platt's Füße durch die Luft geflogen sind, was? Und als dann die Köter da waren, wo war er? War er nicht mehr da. Oh, Allmächtiger. Und dann überkam Kentucky John ein weiterer seiner geräuschvollen Lachanfälle. Früh am nächsten Morgen verließ ich Tibbids Plantage. Im Verlauf des Vormittags, als ich gerade am Gin-Haus, wo die Baumwolle entkernt wird, zu tun hatte, kam ein großer, gutaussehender Mann zu mir und fragte, ob ich Tibbids Boy sei. Eine jugendliche Anrede, die wahllos auf alle Sklavenanwendung fand, und mögen diese auch das Alter von siebzig Jahren überschritten haben. Ich nahm meinen Hut ab und bejahte. Wie würde es dir gefallen, für mich zu arbeiten, wollte er wissen. Oh, das würde ich sehr gern, sagte ich, getrieben von der plötzlichen Hoffnung, Tibbids zu entkommen. Du hast bei Peter Tanner unter Myers gearbeitet, stimmt's? Ich erwiderte, dass dem so sei, und fügte noch einige lobende Worte hinzu, die Myers über mich verloren hatte. Nun, Boy, sagte er, ich habe dich von deinem Master ausgeliehen, um mit mir im Big Cane Brake zu arbeiten, 38 Meilen von hier den Red River hinab. Dieser Mann war Mr. Eldred, der als Fords Nachbar auf der gleichen Seite des Bayou wohnte. Ich begleitete ihn zu seiner Plantage und brach am Morgen zusammen mit seinem Sklaven Sam und einer Wagenladung Proviant auf einem von vier Maultieren gezogenen Fuhrwerk in Richtung Big Cane auf.